Am 15. März erscheint die erste Folge dieses Podcasts. Am selben Tag, titelt Bild.de, Spiegel enthüllt E-Mail von Jérôme Boatengs Mutter. Seit Jahren misshandelt mein Sohn Frauen. Diese Schlagzeile wird von internationalen Medien aufgegriffen. Jérôme Boateng postet wenig später auf Instagram eine Story. Er schreibt, God's timing, patience, the truth coming. Dahinter zwei betende Hände. Und während das passiert, wird der Podcast bereits auf Instagram und TikTok geteilt. Tausendfach von der selbsternannten Kasia Ami, aber auch eben von vielen weiteren Menschen. In erster Linie Frauen, die diese Geschichte sehr bewegt. Im Fall Kasia Lenert und Jérôme Boateng gibt es jetzt neue Details zu den Gewaltvorwürfen. Da kommt jetzt dieser Podcast und diese Reportage ins Spiel. Da spricht halt Kasia selber. Und dieser Podcast nimmt mich bei jeder Folge absolut mit. Weil sich das Ganze anhört, wie eine erfundene Geschichte dabei passiert, was ganz vor unserer Nase. Und eine Sache, die ich aus diesem Podcast gelernt habe, ist, falls ihr jemals mit einer berühmten Person zu tun habt, mit der romantisch involviert seid oder so und die möchte, dass ihr ein NDA unterschreibt, macht das nicht. Die Medien folgen eigenen Dynamiken. Die sozialen Medien haben eigene Gesetze. Und es lässt sich nicht immer vorhersagen, wie eine Öffentlichkeit mit Aufdeckungen einer Verdachtsberichterstattung umgehen wird. Insbesondere, wenn Prominenz, wenn Machtstrukturen und der Boulevard die Erzählungen beeinflussen und die Beteiligten das Narrativ zu ihren Gunsten zu steuern oder aber die öffentliche Auseinandersetzung zu unterdrücken versuchen. In dieser Folge sprechen wir darüber, was seit der Veröffentlichung des Podcasts passiert ist. Wir sprechen über Reaktionen auf Social Media und in den Postfächern von Maike und Nora. Wir sprechen über Theorien auf TikTok, über Neuinformationen und Hinweise und über Belege, die bisher unveröffentlicht und eben nicht im Podcast aufgetaucht waren. Ich bin Samira El-Oassil. Ich bin Publizistin und Kolumnistin beim Spiegel und bei Übermedien. Das ist NDA. Die Akte Kaschalin hat. Folge 6. Blinde Flecken. Am Abend der Veröffentlichung des Podcasts erscheint ja ein Statement von Boatengs Mutter in der Bild. Sie sagt, sie sei massiv unter Druck gesetzt worden und habe Angst gehabt, dass eben ihre Enkelkinder ins Heim müssen, wenn sie die Vorwürfe gegen ihren Sohn nicht bestätigt. Was genau die Mutter mit Druck meint, lässt sie offen. Man kann es nicht genau nachvollziehen. Und weiter heißt es eben von ihrer Stelle, ich widerrufe meine Darstellung. Ich habe aus eigener Anschauung nie einen Anhalt dafür gehabt, dass mein Sohn je gegen eine Frau gewalttätig geworden ist. Was war eure erste Reaktion? Was war deine erste Reaktion, Nora? Erstens war es natürlich so, dass als wir das gelesen haben, gedacht haben, okay, also die Mutter widerruft die Darstellung von damals, aber sie hat ja gleichzeitig auch bestätigt, dass sie diese E-Mail damals so geschrieben hat. Und das hat ja erstmal unsere Recherche auch bestätigt dann. Und uns war natürlich auch im Vorfeld schon klar, dass diese E-Mail der Mutter natürlich konterkariert, dass Boatengs Anwältin uns hat ja eben übermitteln lassen, dass ihr Mandant Wert auf die Feststellung lege, dass er eben Kaschalina zu keinem Zeitpunkt körperlich angegriffen habe. So gesehen war natürlich diese E-Mail für Jerome Boateng auch für sein Image ein großes Problem. Und sie wurde binnen kürzester Zeit auch einfach in internationalen Medien aufgegriffen. Also dass dann eben auch versucht wurde, diese Mail aus der Öffentlichkeit zu nehmen oder zu widerrufen, hat uns gar nicht so verwundert, oder? Ich glaube auch, dass das eben ein sehr wichtiger Hinweis für uns war, der auch in der Öffentlichkeit viel ausgelöst hat. Das war vorher abzusehen und dass insofern eben vielleicht versucht werden würde, dem etwas entgegenzusetzen auch. Dass das jetzt in dieser Form passieren würde, fand ich auch, wie wir eben besprochen haben, auch etwas dann doch irritierend. Und was man vielleicht an der Stelle sagen muss, also ganz grundsätzlich versuchen wir schon seit 2021 auch mit Jerome Boateng eben ins Gespräch zu kommen oder haben vermehrt Anfragen übermittelt an seine Medienanwältin, also Gesprächsanfragen, weil uns natürlich sehr daran gelegen ist, wenn wir den Fall Kaschalin hat aufarbeiten, eben mit seiner Seite zu reden und auch seine Sicht der Dinge mit unseren Recherchen abzugleichen. Also bis heute und über den Podcast hinaus besteht dieses Angebot und wir würden uns freuen, mit ihm zu sprechen. Das heißt, die Seite von Boateng hat sich bisher noch nicht gemeldet? Vor der Veröffentlichung des Podcasts wurde das Gesprächsangebot abgelehnt, was wir übermittelt hatten. Daraufhin haben wir halt eben, wie es den journalistischen Standards entspricht, einen umfassenden Fragenkatalog geschickt. Und die Antworten auf diesen Fragenkatalog, die finden sich im Podcast wieder und das sind alle Antworten, die wir bekommen haben. Und es ist auch, ich fand das total schwierig, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich glaube, es war für uns alle schwierig, damit umzugehen, wenn man versucht, einen Fall ausgeglichen aufzuarbeiten, wenn eine Seite gar nicht mit einem spricht beziehungsweise einem auch überhaupt keinen Einblick in irgendwas gibt und dann wir aber ja trotzdem, wir sind ja dazu angehalten. Aber wir wollen das ja auch, wir wollen diesen Fall recherchierend aufarbeiten. Und wenn wir dann eben von Jerome Boateng überhaupt keine Informationen bekommen, können wir die natürlich auch nicht einfließen lassen. Und ja, das ist gerade in einem Podcast nicht so ganz einfach, dann eben halt trotzdem seine Seite, so kurz die ist, gebührend darzustellen. Normalerweise kennen wir die Situation, dass wenn es öffentlich einen Vorwurf gibt gegen einen Mann, eine Mutter sich oftmals schützend vor ihren Sohn stellt und sagt, mein Sohn würde das nie machen, ich habe ihn so nicht erzogen. Dass also hier eine Mutter den eigenen Sohn kritisiert, hatte diskursiv nochmal eine ganz andere Wirkmacht und hat auch vielleicht die Glaubwürdigkeit, die Kredibilität, vielleicht eben auch die erzählerische Richtung im Diskurs in eine bestimmte Richtung gelenkt. Wie viel, und das wurde ja ausgelöst eben durch den Podcast, weil die Vorwürfe in Bezug auf Jerome Boateng gab es ja vorher schon. Inwiefern glaubt ihr, war diese Dynamik ausschlaggebend für die danach folgende Rezeption insgesamt des Podcasts, aber auch Rezeption der Vorwürfe Jerome Boateng gegenüber? Also ich hatte schon den Eindruck, dass das wichtig war. Ich hatte vor allem den Eindruck, dass auf Social Media haben sich ja auch einige Männer zu Wort gemeldet dazu und da hat man eigentlich in dem, was sie gesagt haben, immer gemerkt, dass die Mutter von Jerome Boateng in dieser E-Mail das so bestätigt hat, dass das für die den kompletten Unterschied gemacht hat an Glaubwürdigkeit. Und für uns war das ja auch ein ganz wichtiges Dokument, weil das einfach eine Person ist, die natürlich aus dem nächsten, also sehr, sehr nahen Umfeld ist. Und so eine Aussage wiegt insofern natürlich sehr schwer. Es war aber eben nicht die einzige Aussage. Es ist nicht so, dass unsere Recherche sich um dieses Dokument gedreht hat, aber das war für uns nochmal ein ganz, ganz entscheidender Punkt der Recherche, glaube ich. Ja, es hat auf jeden Fall unsere Indizienlage gestützt. Und wenn ich mich mit dem Podcast auseinandersetze und auch schaue, was ihr dazu gesagt habt und höre, was ihr dazu gesagt habt, stelle ich fest, ihr verharrt gerne im Konjunktiv. Könnt ihr das gerne mal ausführen, warum das so ist? Also in diesem Podcast erzählen wir eine Recherche, deren Grundlage Verdachtsberichterstattung ist. Verdachtsberichterstattung ist ein medienrechtlicher Begriff. Und das heißt, eigentlich kategorisiert das einfach alle Fälle, in denen man vor allem strafrechtlich relevante Vorwürfe bespricht, zu denen es aber noch kein Gerichtsurteil gibt. Und dieser Begriff wird auch ganz oft falsch verstanden, weil es so klingt, als würde man einfach bei einem bloßen Verdacht irgendwas berichten. Tatsächlich ist es so, ganz egal, wie gut unsere Beleglage ist, bleibt es ein Verdacht medienrechtlich, bis nicht ein Gericht entschieden hat. Und das ist in diesem Fall so. Es läuft immer noch ein Verfahren, aber es gibt bei den Vorwürfen von Partnerschaftsgewalt oder beziehungsweise von Körperverletzungen, Fall Kascha Lehnhardt, gibt es noch keinen richterlichen Beschluss dazu. Das heißt dann letztendlich, dass wir es im Prinzip nicht so klingen lassen dürfen, als würden wir über Tatsachen sprechen. Und deswegen müssen wir im Konjunktiv sprechen. Deswegen müssen wir immer einordnen, dass jemand einen Vorwurf äußert, nicht, dass etwas so war. Und deswegen klingt das manchmal, wenn man nicht genau weiß, woher das kommt, auch, glaube ich, merkwürdig. Wie sehr hat das denn eure Arbeit und eure Ausdrucksmöglichkeit eingeschränkt, Nora? Ich finde, nachdem man sich erst mal daran gewöhnt hatte, dass man ab jetzt alles im Konjunktiv fast formuliert, ging es eigentlich ganz gut. Irgendwann auch angefangen tatsächlich, also ich spreche jetzt ständig im Konjunktiv, sondern man gewöhnt sich etwas an. Und es ist ja auch einfach eine journalistische Grundlage. Und ich glaube, dass man sich das zwar angewöhnen muss, aber ich finde das eigentlich auch richtig und gut, sich daran zu erinnern, immer zu überlegen, okay, in welchen Bezug haben wir zu der Information? Und das auch immer wieder transparent zu machen. Ihr habt wahrscheinlich viel, viel mehr Material, als veröffentlicht worden ist. Könntest du eine Einschätzung abgeben, wie viel ihr verwenden durftet im Rahmen der Möglichkeiten des journalistischen Arbeitens? Ja, also auf jeden Fall ist es genauso, wie du schon gesagt hast. Also es gibt viel mehr. Und es ist wirklich nur ein Bruchteil, würde ich sagen, der dann auch veröffentlicht wurde. Und es sind natürlich vor allem die Sachen, also das war uns ja ganz wichtig im Podcast, dass wir wirklich nur die Sachen, die wir aus mehreren Quellen haben, die wir aus mehreren Dokumenten belegen können, die in Sprachnachrichten auch noch zusätzlich belegt sind, dass wir die eben benutzen. Und wenn wir zum Beispiel auch Informationen hatten, die nur aus einer Quelle kamen oder die nicht weiter nachprüfbar waren oder verifiziert werden könnten, haben wir die immer weggelassen, als dass wir sie, also alles, was ihr im Podcast hört, da waren wir uns einfach immer sicher. So, das war die Regel. Ja, und das andere war noch, dass wir immer überlegt haben, was davon ist jetzt wirklich relevant. Also, wenn es steht ja überall immer diese Zahl, 25 Stunden Sprachnachrichten, das ist, wir sind da ja in privaten Nachrichten in der Recherche unterwegs gewesen. Und da ist vollkommen klar, dass wir ganz, ganz vieles, was halt einfach nicht der Recherchefrage gefolgt ist, niemals veröffentlichen würden, weil wir da ja wahnsinnig vorsichtig sein müssen, gerade wenn wir so tief in der Privatsphäre von letztlich vor allem einer Person, aber auch mehreren Menschen recherchieren. Aber das Material hat beeinflusst, wie ihr auf die Inhalte geblickt habt. Das heißt, sie sind Teil eurer journalistischen Auswertungsarbeit. Sie sind nur nicht veröffentlicht, weil es nicht ging oder nicht relevant war. Ja, für uns war dieser riesige Datensatz, den wir letztlich da hatten, der auch teilweise einfach, also das war wirklich viel und das war auch Teil einer der Herausforderungen dieser Recherche, dass es so viel war. Aber uns hat es total geholfen, so einen breiten Rahmen für die Einordnung zu haben, weil das eigentlich dazu geführt hat, dass wir bestimmte Aussagen überhaupt so deutlich treffen konnten, weil wir eben den Kontext hatten und sehen konnten, okay, diese Nachricht, die ist in einem authentischen Verlauf von anderen Aussagen und insofern hat die das Gewicht und wir können der dann auch das Gewicht in unserer Recherche geben. Wenn wir nur die Nachricht gehabt hätten, wären wir vielleicht viel vorsichtiger gewesen. Das führt mich zu der Frage nach der Reaktionen im Allgemeinen. Also wie war euer Gefühl, nachdem dieses wirklich enorme Projekt einmal das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat und wie besorgt wart ihr in Bezug auf die Reaktion der Öffentlichkeit einfach auch jetzt NutzerInnen beispielsweise auf Social Media? Also die Reaktionen waren, man weiß ja nie, das hast du ja auch schon eingangs gesagt, was eigentlich dann passiert. Also und es gibt ja immer bei auch solchen Berichterstattungen eigene Dynamiken, von daher waren wir gespannt und auch eben auf Kritik vorbereitet und tatsächlich sagte uns dann eine junge Kollegin von Social, dass sie total verwundert waren, weil sie auch bei Instagram nicht einen einzigen Kommentar löschen mussten und sie nannte einen Begriff, den ich zumindest noch nicht kannte und zwar, sie sprach von einem Candy Storm. Wir hörten nur Storm und waren kurz schon und sie sagte, nein, das ist wirklich, wenn alle Kommentare positiv sind. Genau wie Nora sagt, man weiß vorher nie genau, wie so ein Fall dann wahrgenommen wird und was ich jetzt ganz erstaunlich fand, war, wie viele Reaktionen von Menschen kamen, die gesagt haben, dass sie selber von Partnerschaftsgewalt betroffen sind oder selbst den auch psychischen Missbrauch erlebt haben und sich da anscheinend in dem Podcast wiedergefunden haben und darüber anscheinend die Recherche so einen Raum aufgemacht hat. Und man hat das gesehen, also in Nachrichten, die direkt an uns gingen, aber auch in den Kommentaren auf Social Media oder auch auf TikTok ist das ja viel geteilt worden. Und ich finde, dass das so ein Beispiel ist, an dem man sehen kann, dass es vielleicht sonst auch an Räumen fehlt, weil das wirklich so eine Flut war, mit der ich so auch nicht gerechnet habe, weil das ein Thema ist, was sonst in der Öffentlichkeit recht wenig vorkommt. Und man sich da vielleicht auch fragen muss, wenn dann so eine Flut ausgelöst wird, ob es vielleicht zu wenig Räume gibt und Strukturen, an die man sich wenden kann. Und das fand ich aber sehr schön, weil das auch ein sehr konstruktiver Austausch war, also was da so. Und es war, viele haben das halt eben auch als positiv empfunden, dass sie sich auf diesen Fall beziehend einen Raum gefunden haben, um über Dinge zu sprechen, die sie selber betreffen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Da geht es ja gar nicht um Veröffentlichungen immer. Und da haben wir auch, glaube ich, nochmal gemerkt, dass insofern dieser Fall auch dafür wichtig ist, diese Recherche auch dafür wichtig war. Also erschreckend finde ich, Maike recherchiert jetzt schon seit Jahren zum Thema Partnerschaftsgewalt. Mich hat tatsächlich überrascht, wie viele Leute einen mit konkreten Beispielen halt eben auch geschrieben haben. Also bei mir hat sich auch zum Beispiel eine Schulfreundin gemeldet, die gesagt hat, ich habe in meiner Ehe, die jetzt geschehen ist, eigentlich genau dieselbe Dynamik erlebt. Und auch solche Fälle wie der von Kaschalina werden ja immer so als wahnsinnig individuell dargestellt. Und dass aber doch bestimmte Sachen eben systemisch sind, das fand ich daran erschreckend und interessant zugleich eigentlich. Leute, ich kann diesen Fall einfach nicht loslassen. Ich muss andauernd daran denken. War es Kaschalina tot? Irgendwas ist wirklich an der Geschichte absolut komisch. Also das mit den Glasscherben, dass man keine Ahnung hat, warum die da waren und wo die herkamen, finde ich komisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, jetzt Kaschal in dem Fall, am Geburtstag ihres Sohnes einfach selbst macht, bei einer Liebe. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und was ich auch sehr komisch fand, ist, dass sie ja zwei Anrufe auf dem Handy hatte, wo ja mehrere Minuten mit irgendeiner Person telefoniert worden ist. Und sowieso ist eigentlich bis heute, das zeigt auch nochmal der Podcast, super vieles unklar in diesem Fall. Was besonders bei den Reaktionen auffällt, ist auch die Auseinandersetzung auf TikTok und dort insbesondere eine Art detektivische Arbeit, die durch den Podcast auch gestartet worden ist. Also Menschen versuchen, verschiedene Sachverhalte oder Fragen aufzulösen, die eben offen bleiben mussten. Wie geht ihr mit diesen offenen Fragen um? Also wenn da spezifisch irgendwie nochmal nach dem Verplag des Sohnes gefragt wird oder spezifische Details ihres Todestages nochmal irgendwie in den Fokus gerückt werden, in dieser investigativen Arbeit sozusagen der TikTokerInnen. Wie beantwortet ihr diese Fragen? Viele Fragen, die an uns gerichtet wurden, drehen sich um den Todestag von Kascha Lenhardt und um Dinge, die da auffallen, die nicht richtig zusammenpassen, wo Menschen sich Gedanken machen oder auch da geht es um die Polizeiarbeit und den Umgang der Polizei mit diesem Fall. Und für uns haben sich da auch Fragen gestellt. Das sind Fragen, die wir auch an die Polizei gerichtet haben. Das sagen wir auch im Podcast. Wir haben da leider nur die Antwort bekommen, dass sie sich nicht zu einem individuellen Fall und Fragen dazu äußern können. Und alle Fragen, die darüber hinausgehen, ist wieder für uns der Punkt, dass wir ja den Fall journalistisch vor allem mit dem Fokus auf Partnerschaftsgewalt aufgearbeitet haben. Und das andere ist, dass wir eben nur Dinge berichten und beantworten können, für die wir auch eine Beleglage haben. Und vieles davon geht halt weit darüber hinaus, weshalb wir bewusst uns sozusagen da auch auf diese anderen Teile vor allem konzentriert haben. Also in Bezug auf die Fragen auch noch, die du eben gestellt hast. Also es ist so, dass wir uns eben nicht auch auf den Suizid konzentriert haben oder auf diesen Tag, weil der Spiegel berichtet ja nur in Ausnahmefällen über Suizide. Und wir haben eben bestimmte Regularien. Also zum Beispiel berichten wir nicht über die Details des Suizids. Wir verweisen auf Hilfsangebote. Und ganz generell berichten wir zurückhaltend. Die andere Frage, die du gestellt hattest, also zum Verbleib des Sohnes zum Beispiel, auch da haben wir uns explizit dafür entschieden zu sagen, wir lassen das Kind eben aus der Berichterstattung raus. Es kamen viele Nachfragen dazu. Ja, das sind eben auch ganz oft journalistische Entscheidungen, die wir getroffen haben. Es gab noch ganz viele andere Entscheidungen, die in die Richtung gingen. Also es gab ganz viele Aspekte, wo man hätte sagen können, grundsätzlich ist das interessant. Grundsätzlich haben wir hier eine Beleglage. Aber ist das relevant? Müssen wir das überhaupt berichten? Und da haben wir uns oft eben für Nein entschieden, weil es ja eben auch um die Privatsphäre geht. Es geht um einen echten Menschen, eine echte Person. Und es geht um jemanden, wo es auch Hinterbliebene gibt, über die man natürlich auch die ganze Zeit nachdenken muss und überlegen muss, was ist auch in dem Kontext dann angemessen zu berichten. Super Überleitung zu einem zweiten Aspekt, den ich eben mit euch besprechen wollte. Also, was ihr berichtet habt. Eine Kritik, die mir gespiegelt worden ist, ist die Frage, wie medienethisch vertretbar es ist, Privatnachrichten einer verstorbenen Person zu journalistisch aufzuarbeiten und zu veröffentlichen. Und deswegen die Frage an euch beide, wie habt ihr das für euch kuratiert und wie seid ihr mit diesem medienethischen Konflikt, eben die Privatsphäre an der Stelle ja für einen journalistischen Zweck verletzen zu müssen, umgegangen? Ja, also für uns waren zwei Aspekte ganz wichtig. Der eine war, dass wir in unserer Recherche ganz klar Hinweise darauf hatten und Belege, dass Kascha Lenhardt eben an die Öffentlichkeit gehen wollte mit diesen Vorwürfen und auch, dass sie Anzeige erstatten wollte. Und das andere war, und das finde ich mindestens genauso wichtig, dass ganz, ganz viele private Sprachnachrichten von ihr vorab, also in den letzten drei Jahren, an die Öffentlichkeit geraten waren. Das hat ein sehr, sehr schiefes Bild erstellt, weil die alle ohne jeglichen Kontext veröffentlicht wurden und auch ganz viele Theorien ausgelöst haben, teilweise auch ihr Bild verzerrt haben und halt eben auch davon abgelenkt haben, von dem Fall, um den es für uns ja ging. Und dann haben wir uns ja letztendlich vor allem an einer Hinweislage, einer Indizienlage mit dem Fokus auf den Vorwurf von Partnerschaftsgewalt durch eben diese Sprachnachrichten durchgearbeitet und das dann auch so veröffentlicht. Genau, und was man auch noch ergänzen muss, was wir auch im Podcast selber sagen, ist, dass es natürlich für uns auch wichtig war, dass wir da, also wir hatten die Einverständniserklärung der Hinterbliebenen, die Nachrichten zu veröffentlichen. Also das haben wir natürlich entschieden, welche veröffentlicht werden, aber ja, also grundsätzlich gab es da eben ein Einverständnis. Man hätte verschiedene Winkel nutzen können oder Perspektiven, um das Ganze einzuordnen, beispielsweise der Missbrauch von Macht, die Nutzung von Prominenz, die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, auch das Cyberbullying, was eben auch ein großer Aspekt war. Ihr habt euch entschieden, vor allem den Schwerpunkt auf die partnerschaftliche Gewalt zu legen. Warum? Wichtig nur, wenn wir jetzt generell über Partnerschaftsgewalt reden, ist das zu betonen, dass uns Boatengs Anwältin eben hat, übermittelt hat lassen, dass ihr Mandant Wert auf die Feststellung legt, dass er eben zu keinem Zeitpunkt Katalinat körperlich angegriffen hat. Die Recherche hat ergeben, dass diese Vorwürfe sehr, sehr viel in diesem Fall, in dieser Geschichte eben ausgemacht haben. Und es ist halt eben auch ein Vorwurf, der noch immer verfolgt wird von der Staatsanwaltschaft, die noch immer ermittelt. Und es ist ein Verfahren, was aber überhaupt nicht präsent in der Öffentlichkeit ist. Und darüber hinaus hat dieses Thema eben eine große gesellschaftliche Bedeutung, wie wir eben auch schon besprochen haben, wie man an den Reaktionen auf diesen Podcast sieht. Und da geht es eben nicht nur immer um Vorwürfe von Körperverletzung, sondern da geht es um psychische und physische Gewalt in Beziehungen. Und das scheint eben noch nicht genügend Raum zu finden. Weil das ein großer Fokus war auch in der Resonanz und in vielen Zuschriften, die ihr bekommen habt in Bezug auf den Podcast, könntest du, Maike, nochmal vor allem den Aspekt der Verschränkung zwischen psychischer und physischer Gewalt im Rahmen von partnerschaftlicher Gewalt beleuchten und uns genauer erklären, wie die Dynamik da funktioniert. Also immer dieses Verzeihen und dann Zurückkehren und wieder Verzeihen und Zurückkehren zum Beispiel. Ja, also diese Ambivalenzen, die du da gerade ansprichst, sind sehr typisch. Also das sehe ich in den Fällen, die ich untersucht habe oder die Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe. Und was, glaube ich, besonders wichtig ist, in unserer Gesellschaft geht es sehr, sehr viel um physische Gewalt. Oder das ist das, was immer so schwer wiegt. Was wir jetzt aber gemerkt haben, auch in der Resonanz auf dem Podcast, dass psychische Gewalt, Manipulation, Gaslightning, diese Situation, dass damit anscheinend sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft Erfahrungen gemacht haben. Und was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass es sehr selten in Fällen von physischer Gewalt nur physische Gewalt ohne psychischen Missbrauch gibt. Und dass es eigentlich sehr oft so ist, dass dieser so ein psychischer Missbrauch oder psychische Gewalt dann auch auf so eine physische Gewalt hinleitet. Weswegen diese Muster wahnsinnig wichtig sind und darüber zu sprechen und das zu reflektieren und als Thema irgendwie besprechbarer auch zu machen. Und ich glaube, ein für mich anderer ganz wichtiger Punkt ist, dass all das sehr, sehr schambehaftet ist noch immer in unserer Gesellschaft. Und das ist eine Form, die sehr effektiv dieses Thema auch silenced. Also ganz viele trauen sich, das nicht anzusprechen, weil sie ganz egal, in welcher Position sie in ihrem Leben sind, weil es für Betroffene ganz oft immer noch das Gefühl gibt, dass es für sie schädlicher ist als für den Täter. Und das ist nicht nur das Gefühl, sondern ganz oft hat das ja auch was mit dem Umgang in der Öffentlichkeit zu tun, wenn Betroffene sich melden, wenn man darüber spricht, dass man in Frage gestellt wird, nicht ernst genommen wird oder vielleicht sogar angegriffen wird teilweise. Weil sie auch schwieriger zu belegen ist, wenn sie auf rein psychologischer Ebene passiert. Und weil es natürlich nach wie vor mit dem Stigma behaftet ist, eben das Opfer dann in der Beziehung zu sein. Und es wird auch oft marginalisiert. Also genau, einmal steht es Aussage gegen Aussage. Und dann, es wird ja irgendwie oft behauptet bei Beziehungen, naja, das wissen ja eigentlich letztlich immer nur die beiden selbst in der Beziehung, was da wirklich los ist. Aber in wirklich manipulativen und missbräuchlichen Beziehungen ist das teilweise auch für die Person selbst manchmal schwer zu reflektieren, was da gerade passiert. Und in dieser Verunsicherung spricht man es dann auch nur noch sehr vorsichtig an. Und wenn dann auch noch gesellschaftlich das nicht sehr geübt ist, sowas anzusprechen und halt eben viele so angegriffen und beschämt werden, dann entsteht da oft so eine Spirale aus Schweigen raus. Und eigentlich wäre darüber sprechen ein ganz wichtiger Weg, um überhaupt einen Überblick über die eigene Situation zu erlangen und sich früh genug auch rauszuziehen aus solchen Situationen, die halt teilweise auch in physischer Gewalt enden können. Und es gibt in Deutschland auch immer noch viel zu viel Femizide. Und all diese Muster sind wichtig zu besprechen und sichtbar zu machen. Es haben sehr viele Menschen, insbesondere auf TikTok, den Podcast geteilt mit dem Take, das ist meine Geschichte oder ich kann mich damit identifizieren oder ich kenne diese Aspekte partnerschaftlicher Gewalt. Kannst du, Maik, mir noch etwas genauer erklären, was genau wiederkehrende Muster sind im Rahmen von partnerschaftlicher Gewalt und inwiefern diese verstärkt wird durch ein System, das diese möglich macht, diese Gewalt? Also ich glaube, das sind unterschiedliche Aspekte. Der eine Punkt ist, dass ein Muster immer wieder ist, dass eben, wenn es um Partnerschaftsgewalt geht, die Aussagen dazu nicht konsistent oft sind von Betroffenen. Also die Tatsache, dass jemand zum Beispiel während die Beziehung vielleicht noch läuft und jemand auch hofft, in dieser Beziehung zu bleiben oder hofft, dass die Beziehung eine Chance hat, dass man dann Partnerschaftsgewalt abstreitet, selbst wenn man darauf angesprochen wird oder selbst wenn, das kommt ja immer wieder vor, dass beim Arzt im Krankenhaus auf bestimmte Verletzungen hingewiesen wird und dann gesagt wird, nein, es ist irgendwie ein anderer Unfall passiert oder wie auch immer. Und uns wurde gespiegelt und da hat sich ja auch bei dir jemand gemeldet, ich finde, die das so gut auf den Punkt gebracht hat, dass das aber eben typisch für diese Fälle ist. Genau, es hat sich nämlich eine Anwältin bei uns beiden gemeldet, die eben auch viele solche Fälle vor Gericht vertritt oder zu der Frauen kommen, die eben mutmaßlich betroffen sind von Partnerschaftsgewalt und die eben auch bestätigt, dass das, was im Podcast auch von Kascha Lehnert zu sehen ist, dass sie eben in den Sprachnachrichten, wie wir hören, einmal sagt, ich gehe morgen zur Polizei und zeige ihn an und anzeige Körperverletzung und es dann am Ende doch nicht macht, dass das so Muster sind, die sie aus ihrer täglichen Arbeit kennt. Und was eben auch grundsätzlich ein Problem bei solchen Fällen ist, dass es ja ganz oft Aussage gegen Aussage steht. Es ist selten so, dass man da weitere Dokumente zur Verfügung hat, die sozusagen objektiv zeigen, was da passiert ist. Und wenn es Aussage gegen Aussage steht, dann geht es ganz oft darum, was ist hier glaubwürdig voreinander. Und wenn dann diese Widersprüche in den Aussagen dokumentiert sind von jemandem, der angebt, betroffen zu sein, dann gilt das vor Gericht als unglaubwürdig im schlimmsten Fall. Und jetzt hören wir auch in den Reaktionen, dass das aber ganz klassische Muster sind. Und da wird das eben zu einem Problem im System, kann man sagen. Problem im System ist ein super Stichwort, weil es ja offenbar auch eine große Resonanz bei den Hörenden gab in Bezug auf diese partnerschaftliche Gewalt. Und das Verständnis darum, dass die Existenz eines perfekten Opfers in der Öffentlichkeit beispielsweise verhindert, dass diese Vorwürfe besser öffentlich kommuniziert werden können oder öffentlich verhandelt werden können. Weil sofort dann gesagt wird, hier hast du dich aber widersprüchlich verhalten. Beispielsweise hier hast du ein lassives Foto gepostet. So ein Foto würde eine Person, die vielleicht etwas eben erlebt hat, nicht posten und so weiter. Und das ist das Besondere, aber ja auch die große Herausforderung dieses Podcasts, dass etwas, das zwischen zwei Personen passiert ist, erstens kontextualisiert werden muss, zweitens die Widersprüchlichkeiten sozusagen akzeptiert werden muss oder sogar wahrgenommen werden müssen als Teil eines Musters. Und dann aber drittens, das ist ja der relevante Teil, eine Hälfte dieser Partnerschaft ist dann vertraglich, also fast institutionalisiert daran gehindert worden, überhaupt darüber sprechen zu dürfen. Wie geht ihr mit diesem Spannungsverhältnis um? Also in Form des NDAs beispielsweise, dass eben der Frau in der Partnerschaft buchstäblich verboten hat, über das zu sprechen, was hier passiert. Wie seid ihr mit diesem Spannungsmoment umgegangen? Hierzu muss man noch sagen, dass uns die Anwältin von Jerome Boateng übermittelt hat, dass es eben der von Kascha Linhardt vor Zeugen geäußerte Wunsch gewesen sei, diesen NDA zu unterzeichnen. Es gab aber auch Hinweise und es gibt auch Menschen, die bezeugen, dass Kascha Linhardt gesagt haben soll, sie sei unter Druck gesetzt worden, den NDA in diesem Moment zu unterzeichnen. Das heißt, da haben wir auch wieder so einen Widerspruch, der sich nicht ganz zu Ende klären lässt. Und das ist halt etwas, wo wir immer wieder mit umgehen müssen, wo es, glaube ich, einfach hilft, sich auf journalistische Grundlagen zu beziehen und nicht zu sagen, was glaube ich, wem glauben wir, sondern einfach diese Dinge nebeneinander zu stellen und immer wieder zu sagen, okay, hier haben wir einen Hinweis darauf, dass es sich so und so abgespielt hat, der wird gestützt dadurch und hier widerspricht sich jemand. Und das einfach immer wieder transparent aufzuarbeiten und dabei aber auch im Kopf zu haben. Wir haben auch zum Beispiel ganz viele Nachrichten gehabt, die man auch wieder im Kontext sehen muss zum Beispiel. Okay, an wen schickt sie diese Nachricht denn? Ist denn diese Nachricht, also zum Beispiel, wenn sie einer guten Freundin von Jerome Boateng eine Nachricht schickt, dann sagt das ja auch ganz, ganz viel darüber, ob sie da vielleicht aus bestimmten Gründen etwas anders formuliert oder anders darstellt. Weil das müssen wir auch sagen, diese Nachrichten, die wir da ausgewertet haben, das sind keine Aussagen, die vor Gericht getätigt wurden. Das sind Nachrichten, die jemand einfach, also so wie man das ja selber kennt, den ganzen Tag verteilt irgendwie an Freunde, bekannte Familie geschickt hat. Und da sagt man vielleicht auch Sachen mal so, mal so und legt die nicht unter das Mikroskop. Aber wir müssen das dann machen. Und das ist richtig. Und dann müssen wir die immer wieder einordnen. Und deswegen ist diese Kontextualisierung so wahnsinnig wichtig. Deswegen ist die journalistische Arbeit aber auch so wichtig, weil ihr jetzt, Kasia, noch eine Stimme geben konntet mit eurer journalistischen Arbeit, mit der Recherche und mit der Kontextualisierung. Ihr seid im Grunde in der Öffentlichkeit ihre Anwältin auf eine bestimmte Art und Weise, die auch diese ganzen Indizien und dann vielleicht Widersprüchlichkeiten oder eben verschiedene Kommunikationsmodi zusammenführt, damit überhaupt sie eine Stimme hat versus jemanden, der seine Stimme noch nutzen kann und sie eben auch nutzt auf juristischer und auf Medienaufmerksamkeitsökonomischer Ebene. Das ist ja etwas, was uns auch ganz viel gespiegelt wird. Dieser Podcast hat Kasia Lehnert eine Stimme gegeben. Aber das ist tatsächlich nicht das, was wir gemacht haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben diesen Fall untersucht und zwar aus allen Perspektiven, die uns möglich waren. Und wir haben diesen Fall aufgearbeitet. Wir haben die Indizien aufgearbeitet und dann zusammengefasst, sodass man dem folgen kann. Und das ist so ein, ich weiß, dass es in der Öffentlichkeit auch immer wieder durcheinander gerät. Aber es ist ja ganz wichtig, wir haben uns nicht von einer Seite vereinnahmen lassen. Und insofern sozusagen, ja, man hört Kaschaleen hat Stimme, weil das immer wieder Indizien und Hinweise sind für diesen Vorwurf, dem wir nachgehen. Aber unser Ansatz war nicht, ihr eine Stimme zu geben, ihre Geschichte zu erzählen, sondern es ging darum, eben den Hinweisen zu folgen und die transparent zu machen. Und auch wenn ich weiß, Samira, was du damit meinst, aber uns ist total wichtig, auch zu eben zu sagen, wir sind nicht Kaschaleenats Anwältin, wir sind Journalistin und wir fühlen uns in der Rolle auch verpflichtet, wirklich beide Seiten fair und ausgewogen halt eben darzustellen. Und das war, wie Maike schon gesagt hat, das ist das Resultat unserer Recherche. Für uns war es deswegen auch dieses Medium Podcast so wichtig, weil es bei journalistischer Arbeit für uns immer darum geht, so präzise wie möglich zu arbeiten. Und bestimmte Dinge lassen sich im Audio, in diesem Fall, ganz anders transportieren und eben präziser. Ich könnte nie beschreiben, in welchem Tonfall Kaschaleenat an welcher Stelle etwas gesagt hat, aber teilweise ist es ganz entscheidend, um zu verstehen, was da passiert ist. Was uns auch einfach wahnsinnig wichtig war und warum wir uns auch dann letztendlich mitunter dazu entschieden haben, diesen Podcast eben zu machen, ist, dass man eben, wenn man die Sprachnachrichten hört, also im Audio, es ist einfach, es macht einen großen Unterschied, ob man hören kann oder ob man nicht nur lesen kann, was sie sagt, sondern ob man hören kann, wie sie es sagt. Für uns war es aber gleichzeitig auch schwierig, weil wir ja ausgeglichen erzählen wollen, dass wir aus Rücksicht auf Schutz von der Privatsphäre von Jerome Boateng die ganzen Audionachrichten, die uns von ihm vorlagen, immer nur zusammenfassend berichten konnten und es eben jetzt nicht genauso auch ins Audio setzen konnten. Dadurch kann ja auch der Eindruck entstehen, dass er nicht zu Wort gekommen ist. Es war aber, wir hätten ihn sehr gerne zu Wort kommen lassen. Das war aber auf der Grundlage nicht möglich. Wir sind jetzt mit beiden Beinen im dritten Teil, also die Frage nach dem Warum. Warum die Berichterstattung und vor allem auch die Kraft und die Wirkung einer Verdachtsberichterstattung speziell in der Form dieses Podcasts, speziell auf diesen Fall bezogen. Und ich wollte vorab fragen, ich hatte es zu Beginn schon angekündigt, es gab ja weitere Informationen, die jetzt im Zuge dieses Podcasts dazu kamen, die euch erreicht hatten. Dürft ihr, könnt ihr dazu etwa schon sagen? Also ich würde sagen, bei den Zuschriften, die uns erreicht haben, gibt es eigentlich, also die kann man so vielleicht in drei Kategorien unterteilen. Und die erste Kategorie ist eigentlich Menschen, die einfach nur schreiben, hey, danke für den Podcast. Die zweite sind eben Menschen, die ihre Geschichte teilen oder halt auch teilweise eben Betroffene sind von, also mutmaßlich von Partnerschaftsgewalt. Und die dritte Kategorie sind wirklich Leute, die uns geschrieben haben und sagen, wir haben auch noch Material oder ja, also Informanten und Informantinnen, würde ich sagen. Ja, und das ist ja für uns ein ganz wichtiger Punkt, auch nochmal gerade, weil ja das Thema Verdachtsberichterstattung oft auch kritisch diskutiert worden ist in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Und die Frage war, ob das überhaupt je angemessen ist, das zu tun. Und ich finde, dieser Fall zeigt für uns auch nochmal so sehr, wie wichtig das ist, wie wichtig es ist, dass über Fälle berichtet werden kann auf dieser Grundlage, auf Grundlage von Hinweisen und Belegen, auch wenn es eben keinen Abschluss in einem Gerichtsverfahren gibt, weil das darüber sprechen dazu führen kann, dass Menschen sich vielleicht erst ermutigt fühlen, jetzt zum Beispiel drei Jahre später sich nochmal zu melden mit Hinweisen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Es wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Ich harre da Dinge, was sich da jetzt noch weiterentwickelt, aber bin froh, dass dank eurer Arbeit eben der Fall noch nicht abgeschlossen werden kann und darf. Die Akte Kastellinhardt ist noch nicht geschlossen und der Fall wird uns weiter beschäftigen. Wenn ihr jetzt noch Fragen zur Arbeit von Nora und Maike habt, dann bieten wir Spiegel-AbonnentInnen am Abend des 19.04. ab 18 Uhr die Gelegenheit, diese in einem Livestream mit den beiden AutorInnen zu stellen. Wir verlinken euch das in der Beschreibung und im Anschluss gibt es dort auch eine Aufzeichnung zum Anschauen. Das war NDA, die Akte Kastellinhardt. Die Akte Kastellinhardt ist ein Spiegel-Podcast. Wenn ihr die nächste Staffel nicht verpassen wollt, dann abonniert NDA auf Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Mehr vom Spiegel könnt ihr auf spiegel.de slash audio hören. Da gibt es zum Beispiel unseren Auslandspodcast 8 Milliarden, das News-Format Die Lage oder den Ideen-Podcast Smarter Leben. Die sechste Folge von NDA wurde moderiert von Samira El-Wassil. Mit dem Studio waren die beiden Podcast-Hosts Maike Backhaus und Nora Gantenbrink. Redaktion Käthe Bergmann, Özlem Gezer, Luana Patimo, Janis Schakarian, Sandra Sperber, Regina Steffens und Yasemin Yüksel. Schnitt und Tonmischung Christian Weber. Soundtrack Philipp Fackler. Schnitt und Tonmischung Christian Weber.